Hallo ihr Lieben, Wellness-Feshana hier und ich bin gerade beim Chillen im Haus. Es ist im Moment in Albany, Georgia sehr, sehr heiß. Wir haben gute 38 bis 40 Grad. Und ich wollte einfach nur Hallo sagen. Ich bin so froh, dass ihr da seid und dass die Zeit gekommen ist, in Deutsch-Videos zu drehen. Ich muss echt drüber nachdenken, über die Satzstellung und über die Worte, die ich in Englisch benutze. Zum Beispiel Sacred Self-Care hört sich auf Deutsch, wenn ich es ganz genau übersetze, ziemlich lustig an. Wollt ihr wissen, wie ich es übersetzt habe? Heilige Selbstfürsorge. Es geht einfach um, ja, um sich Sorgen. Sorgen um sich selbst. Selbstliebe. Und falls ihr in Deutsch einen besseren Ausdruck habt, dann bin ich wirklich offen. Ansonsten ist es die heilige Selbstfürsorge. Ach du heilige Scheiße. Bis bald. Tschüss.